Ich bin seit Weihnachten letzten Jahres in Besitz eines iPhone 11 Pro und ich habe es hauptsächlich deswegen angeschafft, weil das Teil ja recht gute Kameras drinnen hat und alles und auch recht potent ist von der Leistung her und ich unterwegs immer eine Kamera mithaben wollte zum spontanen Vloggen, weil das hat auch die alte G7X Mark II von Canon, das ist eigentlich meine Vlog-Kamera seit Anbeginn, die ist echt super und hat echt ein sehr gutes Objektiv, da kann keine Handykamera mithalten, so viel kann ich schon sagen jetzt, aber ich habe das Teil halt nicht immer mit und mein Handy habe ich immer mit und deswegen wäre es doch geil, wenn ich mein Handy auch Vlogs machen kann. Jetzt habe ich das schon ein paar Monate in Verwendung, dazwischen ist die Corona-Krise ein bisschen hineingekrätscht und hat das Ganze ein bisschen verlangsamt, aber ich habe trotzdem schon ein paar Lektionen gelernt, wie das so ist mit dem iPhone zu filmen und die werde ich in diesem Video bekannt geben, aber dafür schalte ich jetzt einmal in die andere Ansicht, weil das war die Innenkamera, also die auf der gleichen Seite wie das Display ist und ich schalte jetzt zur Außenkamera. Man möge mir verzeihen, wenn das nicht ganz stimmt, der Kameraschnitt, weil ich sehe da nur diese drei Linsen vom iPhone vor mir, also die Kameralinsen, aber nicht mehr genau, was ich eigentlich filme. Ja, das ist jetzt die 1x, also die 1 einfache Linse, die Standardlinse, das ist auch die beste Linse im iPhone 11. Aber ja, kommen wir mal zu meinen Lektionen, die ich gelernt habe. Meine allererste Lektion habe ich Ende des Jahres gemacht in meinem letzten Vlog, was ich da in der Wiesn draußen gefilmt habe, mit 60 Frames und bin darauf gekommen, dass eben das iPhone, die Standard-iPhone-Kamera, nur 30 und 60 Frames bei 1080p und nicht 50, aber ich habe bis jetzt alles mit 50 gefilmt, weil ich es gewohnt bin, dass diese da, also die Canon, die kann nur 50 und nicht 60. Jetzt habe ich mit iPhone 60 gefilmt, habe das Ganze aber dann in ein Standard-Premiere, ein Adobe Premiere-Projekt reingezogen und habe mir gedacht, wird schon nichts passieren und siehe da ist jetzt doch was passiert. Ein 60 Frames rekordetes Video in ein 50 Frames-Projekt zu entziehen, haut die Framerate zusammen. Ihr merkt es, wenn ihr euch das Video nochmal anschaut, so wie ich da draußen auf unserer Wiese herumgelaufen bin und über das nächste Jahr sinniert habe. Die Bewegungen, die Schwenks sind ein bisschen, die stottern ein bisschen, es ist einfach nicht so flüssig. Also Lektion 1, niemals auch Framerates ändern. Wenn ein Video mit 60 aufgenommen ist, dann muss auch das Projekt und das endgültige Video in 60 Frames laufen und das gilt natürlich für alle anderen Framerates auch. Aber ich habe damals einen kleinen Gedankenfehler gehabt, wie so oft, und habe mir gedacht, ja, aber meine Projekte sind alle 50 Frames und ich habe damals wirklich geglaubt, im Premiere kann man ein Projekt nachträglich die Framerate nicht mehr ändern. Ich war ziemlich überzeugt davon, inzwischen bin ich darauf gekommen, ist eine blödsinnige Sequenzeinstellung, da kann man jederzeit die Framerate ändern. Aber es hat damals dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche eine App, die auch in 50 Frames aufnimmt. Und somit habe ich mir die Pro Camera von CoCoLogix runtergeladen und ein bisschen experimentiert. Die hat haufenweise Features, freie Bildwahl, also freie Formatewahl und so weiter. Und habe herum experimentiert und habe dann auch mal mir gedacht, vielleicht ist es auch gut für die Qualität, wenn ich eben das Video in 4K-Filme, 4K-50 Filme und dann irgendwie runterkonvertiere, weil mein Computer trotz Umbau immer noch nicht 4K-fähig ist. Ich glaube, da waren einfach zu schwache Grafikkarten drin. Aber mein genialer Gedanke war, okay, machen wir einfach in 4K-50 Filme, machen wir das Ganze dann mittels Handbrake, also das ist so ein Freeware, wo man Videos herumkonvertieren kann, auf 1080, 50 Euro rechnen und dann kann ich es in meinem Projekt auch verwenden. Lektion Nummer 2, die ich dann herausgefunden habe, ist einmal gewesen, dass das Ganze ziemlich lang dauert, das Konvertieren und auch ziemlich fehleranfällig ist, weil ich habe im Handbrake Preset gespeichert, aber das hat es dann nicht richtig angewendet und dann hat es irgendwie in seltsame andere Framerates konvertiert und ich bin natürlich erst nach dem Batch konvertieren draufgekommen, also halbe Stunde konvertiert, nachher draufgekommen, die ganzen Files sind falsch konvertiert und das war ziemlich lästig, also das war auch ein Schuss in den Ofen. Genau das ist mir auch bei meinem Wanda Video passiert, das ich neilich hochgeladen habe, da hat es die Framerates völlig zerschossen und deswegen stottert das Video auch extrem und ich hoffe, dass mir das nie wieder passieren wird. Außerdem habe ich herausgefunden, dass die Schwenks komisch waren und ich habe mir gedacht, das liegt halt einfach am Handy, das heißt so Kameraschwenks hin und her funktionieren halt einfach nicht so leiber und auf einem Handy, wie auf einer großen Kamera mit einer wirklich geilen Linse und optischen Mechaniken und so weiter. Ja, habe ich mir einfach auch gedacht, bin aber dann draufgekommen, dass es nicht am Handy liegt, sondern an der App, diese Pro-Kamera von Koko Logix ist einfach Arsch. Das heißt, wenn ich da ein bisschen herumfilme, dann ziehe ich das Ganze einfach so schlieren, die Kanten sind alle verwaschen und das schaut einfach nichts gleich. Außerdem ist auch der Weißabgleich von der App ziemlich komisch und ja, die Lektion Nummer 3 ist halt, die Apps können einfach Arsch sein. Das heißt, es ist jetzt nicht gesagt, nur weil ich mir eine kostenpflichtige App um 10 Euro oder was runterlade, dass die dann ihren Job perfekt macht. Nein, da muss man ein bisschen durchprobieren. So und jetzt habe ich mal die 05er Kamera eingeschaltet, damit da die Weitwinkelkamera des iPhone 11 Pro, die ist okay, sage ich mal. Das ist leider so ein bisschen eine Effektkamera, da habe ich mir mehr erhofft davon. Wie ich jetzt schon gesehen habe, wird da ein bisschen das Bild schlechter, es griselt mehr, es sind mehr Artefakte und aber Schwenks und so, da sieht man einfach, dass das Ganze ein bisschen ungenau ist. Dafür ist der Bildausschnitt geil, das heißt, ich brauche jetzt mich nicht mehr so viel Angst haben, dass eben das Bild schlecht ausschaut. Ja, aber weiter im Text. Ich habe mir dann eine andere App runtergeladen, das war die Pro Kamera bei Moment und da war eigentlich die Videoqualität wirklich geil. Die Einstellungsmöglichkeiten waren auch super, es hat eine Haufen Onscreen-Anzeigen, die die normale iOS-App halt nicht hat. Nur bin ich dann gleich mal draufgekommen, okay, so geil ist es doch nicht, weil ich kann nicht zwischen den Kameras wechseln, wenn die Aufnahme mal läuft. Außerdem gibt es auch mit der App einen Bug mit der Innenkamera, das heißt auch, wenn die Selfie-Kamera nach links gedreht ist, dann kann ich das Bild nicht in Premiere verwenden, wenn das Handy nach rechts gedreht ist, dann kann ich es auch verwenden, das ist auch ziemlich nervig, weil im schlimmsten Fall verwende ich diese App da irgendwo auf Dreharbeiten Film, einfach verwende ich die Selfie-Kamera falsch ausgerichtet und kann das Videomaterial nicht verwenden. Aber es wäre ja zu schön gewesen, wenn das so glatt hinhauen würde mit der internen iOS-App und dem Switchen zwischen den verschiedenen Kameralinsen, weil wenn man dann einmal genau schaut und sich das einmal ein bisschen auscheckt, merkt man, dass die iOS-App die dritte, also die 2x-Linse nicht verwendet. Das heißt, es wird immer zwischen der 0.5 und der 1 herumgeschalten und ab 1 ist es ein digitaler Zoom und das ist eigentlich ziemlich schwach von der iOS-App und das können andere Apps wieder besser. Das heißt, da kann ich dann direkt die 2x-Kamera ansteuern und habe keinen digitalen Zoom. Lektion Nummer 4, die iOS-App hat also ein bisschen bessere Steuerung, weil sie zumindest nahtlos zwischen 0.5 und 1x herumschalten kann, aber sie verwendet die 2x-Kamera nicht. Das macht wieder eine externe App besser. Und was ich auch herausgefunden habe bei meinen Experimente ist, dass keine der 2 externen Apps, die ich verwendet habe, den Stereo-Sound richtig hinkriegt hat, während die interne iOS-Kamera-App den Stereo-Sound eigentlich recht gut aufnimmt. Jetzt habe ich wieder zurückgewechselt zur 1x, meine Hand fällt schon ziemlich an, ich habe kein Stativ, ich schierze das Ganze so aus dem Handgelenk, weil das muss ja ein echtes Handy-Video sein für Demonstrationszwecke. Also habe ich mir gedacht, ich verwende ab sofort die interne iOS-Kamera für alles. Nur ist es ein bisschen lästig, weil immer, wenn ich die App aufmache, muss ich erst einmal noch zum Video rüber swipen. Jetzt habe ich gesucht, gibt es vielleicht ein Homescreen-Icon, das mich direkt zur Kamera bringt? Nein, gibt es nicht. Das heißt, ich muss eigentlich immer die Kamera starten, da bin ich meistens auf der Fotofunktion und dann muss ich immer swipen und bin ich auf der Videofunktion. Ist ein bisschen lästig, es gibt zwar eine Funktion, dass sich die App merkt, wo ich zuletzt war, aber das ist dann auch wieder lästig, weil ich mache halt öfters Fotos als Videos und wenn ich dann immer auf der Video-App stehe und dann muss ich wieder zum Foto rüber swipen, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen habe ich geschaut, vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, wie ich die Videofunktion auf dem Homescreen kriege. Und da gibt es natürlich die Shortcuts, also diese Kurzbefehle, diese eigene App auf iOS, wo man so verschiedene Makros zusammenbasteln kann. Habe ich ausprobiert, habe mir gedacht, ist cool, baue ich einfach jetzt ein Makro, also ein Kurzbefehl für Kamera, also für Filmen und das Bild gleich speichern. Habe da ein bisschen gefilmt damit, habe mir gedacht, eigentlich alles ganz cool. Bin aber dann draufgekommen, dass wenn man die iPhone-Kamera mittels Kurzbefehle ansteuert, die Kamera-App eingeschränkt ist. Das heißt, sie filmt auf einmal nur mehr in 30 Frames pro Sekunde und ich kann erst wieder nicht die Kamera steuern. Das heißt, ich kann nicht zwischen den drei Kameras herumschalten und ich habe auch so keine Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, das war eigentlich auch wieder ein Schuss in den Ofen. Lektion Nummer 7, also nur 30 Frames pro Sekunde, kein Kamerawechsel und auch der LED-Blitz kann man nicht während der Aufnahme bedienen. Ach, jetzt schläft man die Hand schon ganz schön. Ja, aber Stativ will ich nicht verwenden, das muss jetzt wirklich aus dem Handgelenk geschossen sein, weil das wird ja live so sein. Wenn ich unterwegs bin und ich schnell ein Video mache, habe ich auch kein Stativ mit, weil es ist ja spontan und da muss ich auch aus der Hand schießen. Dann habe ich noch ein bisschen herum experimentiert mit dem Video Modus und bin da drauf gekommen, es gibt halt recht wenig Einstellungsmöglichkeiten. Maximale Kompatibilität und High Efficiency sind da eigentlich die einzigen Einstellungen zwischen den Formaten, die man sich auswählen kann. Und bei 1080p in 60 Frames sind das ungefähr 20 bis 22 Mbit pro Sekunde. Das ist teilweise ein bisschen niedrig, habe ich im direkten Vergleich mit anderen Apps schon herausgefunden. Ich hätte da gerne ein bisschen höhere Bitrate, kann man sich aber leider nicht aussuchen. Das ist auch dann Lektion Nummer 8, die interne iOS App bietet kaum Möglichkeiten, die Bitrate zu ändern. Es sind beide relativ niedrig angesiedelt, da hätte ich gerne eine Option, dass man ein bisschen weiter aufgehen kann, damit das Ganze krisselte und die Artefakte von einer niedrigeren Kompression einfach nicht so ins Gesicht Gewicht fallen. Und somit kommen wir ja schon zum Fazit. Was habe ich gelernt daraus? Was sind meine Erfahrungen? Was ist mein Erfahrungsbericht mit iPhone 11 Pro als Vlog-Kamera? Ja, ich muss ehrlich sagen, die Erkenntnisse sind durchwachsen. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was jetzt eigentlich so meine Hauptkamera werden wird, weil eigentlich würde sich die integrierte iOS-Kamera am besten anfühlen, vor allem weil sie zwischen den 0.5, 1x und 2x am besten am schnellsten und am nahtlosesten wechselt, wenn nicht da dieser Umstand wäre, dass die iOS-Kamera nicht 2x unterstützt. Also es schalt nur zwischen der 0.5 und der 1x herum, was ich überhaupt nicht verstehe. Das ist ziemlich übel, weil andere Apps, zum Beispiel die Moment-App, die ich zuerst schon vorgestellt habe, die zum Beispiel kann man dezidiert die 2x auswählen und starten. Man kann zwar während der Aufnahme nicht wechseln, aber man kann zumindest auch bevor man die Aufnahme startet, es auswählen. Das heißt, ich werde nach wie vor ausprobieren, herumexperimentieren, einmal die interne Kamera verwenden, dann wieder einmal eine App ausprobieren und vielleicht später dann ein Video machen mit meinen neuesten Erkenntnissen. Und was unbedingt erwähnt werden muss, ist, man braucht sich nichts vormachen, eine Handykamera wird sie niemals mit so etwas aufnehmen können. Mein Canon, mein guter alter Canon, hat einfach eine viel geilere Optik drinnen. Die Linsen und alles und Sensoren sind einfach viel besser dafür geeignet, Licht in Daten umzuwandeln und merkt es einfach an der Lichtstärke. Ich kann mit der Canon in fast finsteren Filmen und es ist trotzdem eine geile Qualität. Mit dem iPhone wird es, sobald es ein bisschen schummrig ist, einfach ziemlich schlechte Qualität. Das heißt, wenn ich jetzt meine ganzen Studioleuchten ausschalten täte, dann war die Kamera gleich mal überlastet und es war einfach nur mehr ein dunkler Matsch. Das heißt, iPhone ist nach wie vor für mich so ein bisschen ein Notfallprogramm. Wenn ich wirklich etwas Geiles gerade irgendwie filmen will und Spontanität sich einstellt, aber ich habe halt die anderen nicht mit, dann mache ich es mit dem iPhone. Oder wenn es hell ist, wenn ich untertags irgendwo unterwegs bin und die Sonne scheint, dann müsste eigentlich das iPhone gut sein dafür. Ansonsten werde ich schauen, dass ich die wichtigen Sachen, wo die Qualität auch im finsteren stimmen muss, dass ich das nach wie vor mit meiner guten alten Canon mache. Ich habe es jetzt eh gesehen, die 05er-Linse, die ist von der Qualität her so schlecht und da ist auch der Farbton ein bisschen gelblicher. Es ist kein Vergleich zu einer 1x-Linse. Das heißt, die kann man eigentlich wirklich nur für einen Effekt verwenden oder wenn wirklich ganz, ganz viel Licht da ist. Ansonsten ist die 1er-Linse die beste, die Qualität ist am besten, die ist auch deutlich besser als die Innenkamera. Ihr seht es jetzt hier, die Qualität kann es nicht sehen lassen, es gibt kaum Artefakte. Wie gesagt, das ganze Ergebnis ist relativ durchwachsen. Kann ich empfehlen, kauft euch ein iPhone 11 Pro um Millionen Euro. Zum Fragen, wenn ihr wirklich gutes Studio-Licht habt und ein Stativ verwendet, dann kann man es sicher gut gebrauchen. Aber wenn ihr mit dem iPhone 11 zum Beispiel auf Konzerten unterwegs seid oder irgendwo eher indoor und nicht immer die Helligkeit gegeben ist, dann muss ich eigentlich fast abraten. Verkauft sich lieber sowas um den halben Preis, da habt ihr eine weit bessere Qualität fürs Geld. Tja und das war es auch schon dafür heute. Ich hoffe, mein jetzt doch ein bisschen längeres Meinungs-Erfahrungs-Video über die iPhone 11 Pro Kamera als Vlog-Device hat euch gefallen. Ich habe es interessant gefunden und man sieht es demnächst wieder, hoffe ich, auf meinem Kanal, Humaldo macht Videos. Wanns ihr wieder vorbeischaut, wann ich irgendwelche Videos veröffentliche, weil man weiß nicht so genau wann und wie, wo es kommt. Ich mache einfach auf dem Kanal alles, was mich gerade interessiert. Danke fürs Zuschauen und bis bald! Für dich!